Herzlich willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht. Das beste Wetter, heute live vom ersten Brunntalweg hier in Nürzsteg. Eine Südwestströmung, die sich aus dem Osten angeschlichen hat, hat uns viele Wolken gebracht, die sich gerade verdichten und sich wahrscheinlich heute noch in Schnee oder auch Regen, das hängt ganz von der Temperatur ab, entladen werden. Hinter mir rauscht das Bächlein helle und ich wünsche einen schönen Tag.